Hi Leute, ihr wisst ja, manche Menschen haben Angst vor Höhen, vor Spinnen, vor Fliegen und so weiter. Aber wusstet ihr einfach auch, dass manche Menschen Angst vor Stühlen haben? Das Ganze kann einfach ausgelöst werden durch langes Sitzen unter sehr schrecklichen Bedingungen und Symptome von dem Ganzen dann einfach schwitzen, zittern oder auch Atemnot. Untertitelung des ZDF, 2020